Warum ist die Kettelbell so cool? Also erstmal ist sie relativ klein. Das heißt, die kriegst du eigentlich überall unter. Die kannst du einfach mal unter das Bett stellen. Fertig. Zweitens kannst du damit eine sehr, sehr gute Mischung trainieren aus Kraft, Mobilität und Körpergefühl. Und das führt zu einer Kraft, die du einfach jeden Tag gebrauchen kannst. Und durch regelmäßiges Kettelbelltraining wird dein Alltag einfacher werden. Belastungsfähiger werden, kannst mehr machen, kannst mehr erreichen. Und das Schöne ist, dass diese Kraft universell einsetzbar ist. Das ist wie so ein Joker, den kannst du eben halt überall ausspielen und der bringt dir was. Wenn du jetzt einen Sport hast, Fußball spielen, da wirst du eben halt nur besser, wenn du auch Fußball spielst. Allerdings kann das sein, dass in vielen Aspekten, beim Fußballspiel, beim Triathlon, Golfen, kann das sein, dass dir das Kettelbelltraining bei deinem Hauptsport hilft. Einfach, weil es so universell einsetzbar ist und dein Körpergefühl steigert. Und viele Leute verkennen einfach komplett Kraft und die Fähigkeit, seine Kraft gezielt einzusetzen, mit dem eigenen Körpergefühl zu tun haben. Und dabei hilft die Kettelbell ganz enorm. Kettelbell und Kettelbell und Kettelbell einst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020